Und dann über die Sitzbeine nach dem Kinn gesetzt. Oder die Sitzbeine oder die Wörter? Wer? Die Sitzbeine verkackt. Hab ich nicht. Ach, die man sich nicht. Ich hab Arsch und zwei Beine. Wenn man das Fleisch hier zur Seite schiebt, dann sitzt man genau auf diesen beiden Knochen. Das kann eigentlich gar nicht mehr beschwingen. Kann ich nicht. Ich würde glaube, wenn wir in die aufrechte Position gehen, dann rollen wir vor die Sitzbeine. Und dann brauche ich nach innen und hinter die Sitzbeine. Sich fallen lassen und den Bauch rein, alles aktiv halten. Und wieder in die Gegenposition. Strecke. Und runter. Bauch, wenn man nach innen über die Sitzbeine gar nicht reden wollen. Sollst du dich hinlegen wollen, tust du es natürlich nicht. Dass du den Bauch nicht unterhalten kannst. Dann wieder hoch. So wird ein Schuh draus. Dann wieder hoch. Das war jetzt die Belegung. Und dir noch mit Beide. Ja, auch noch mit Beide. Trinkst du. Aber da ist doch gut. Das hat der Effekt.